Seit tausenden von Jahren stellen Menschen sich dieselben Fragen, wenn sie den Sternenhimmel betrachten. Gibt es irgendwelche Lebensformen da draußen? Oder sind wir allein in den Weiten des Universums? Und? Hat unsere Existenz irgendeine tiefere Bedeutung? Während Astronomen und Wissenschaftler vergangener Tage davon überzeugt waren, dass unser Leben tragender Planet einzigartig und das Ergebnis planmäßiger Schöpfung ist, besitzen heutige Forscher diese Überzeugung nicht mehr. Sie glauben, dass die Erde nur ein gewöhnlicher Planet unter Milliarden anderen ist. Ein winziges, unbedeutendes Staubkörnchen inmitten der unermesslichen und gleichgültigen Schwärze des Universums. Doch diese wie unendlich erscheinende Größe schrumpft rasch zusammen, wenn wir wissen, dass riesige Bereiche des Universums für Leben absolut ungeeignet sind. Unsere Erde dagegen befindet sich geschützt vor todbringender Strahlung in einer für Leben besonders gut geeigneten Position. Bekannte Wissenschaftler haben die Faktoren untersucht, die für komplexes und intelligentes Leben unerlässlich sind. Es sind übrigens nicht nur zwei oder drei Faktoren, es sind zahlreiche und jeder einzelne von ihnen entscheidet über Leben und Tod. Zusammengenommen aber sprechen sie entschieden gegen den modernen Glauben, dass unsere Erde nur ein mittelmäßiges Produkt blinder Naturkräfte ist. Mehr noch. Jede dieser überaus präzise aufeinander abgestimmten Faktoren ist nicht nur notwendig für unsere Existenz, sondern ermöglicht einen keineswegs selbstverständlichen Blick auf das uns umgebende Universum. Eine Tatsache, die für viele Forscher der Vergangenheit rätselhaft war. Sollte die großartige Möglichkeit, das Universum erforschen zu können, ebenfalls die Absicht einer planenden Intelligenz gewesen sein? Diese uralte Menschheitsfrage macht ein bemerkenswerter Dokumentarfilm anhand faszinierender neuer Erkenntnisse und atemberaubender Bilder einem großen Publikum zugänglich. Dass dabei etablierte Dogmen der Astronomie und Philosophie in Frage gestellt werden, macht den Film zu einem höchst wertvollen Beitrag innerhalb der Diskussion, die gerade an einer ganz besonderen Stelle im Universum geführt wird. Auf unserer Erde. Na, in der Zeitung. Wie? Untertitelung des ZDF, 2020